Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Wir versuchen wieder zu dritt dieser Prüfung zu entkommen. Ich spiele Steve mit Beharrlichkeit, Adrenalin, Unbeugsam und dem Steve-Perk, mit dem ich anderen Leuten helfen kann. Oh Gott, ich bin echt schlimm mit dem neuen Perk. Okay, der David hat Probleme mit Skillchecks. Das ist ein Freddy, ja. Das ist doch nicht die Blocken. Dankeschön, mein Freund. Jedes Mal vergesse ich, obwohl das Besondere ein Traumbild ist, aber der geht zum Defektverlänger in diesem Traum, oder? Oder hat das natürlich ein Anlass, der Fall? Nee. Der kann halt seine ganze Stärke nur ausspielen, während du in der Traumbild bist. Mhm. Aber das Aufhecken funktioniert doch genauso, oder? Ich bin so doof. Was? Aufhecken funktioniert doch genauso, mit einem Schnipsen und so. Ja, musst du aber nicht. Du kannst doch zu der Uhr gehen. Die kriegst du weiß angezeigt, wenn du... Ah, okay, ja, siehst du. Ist der dann irgendwie weg, oder? Was? Ah, der Typ kommt zu mir, leider. Der kann sich wohl zu Generatoren porten. Ja, kann er. Ach, stimmt. Du kennst die Freddy, er tut er doch gar nicht. Na doch, ich glaub schon, aber... Es gibt auch Fake-Paletten oder Blutpfützen. Nee, das weiß ich, das weiß ich auch. Oh mein, Jan ist jetzt ein Werbe. Okay, auf Heilen hat er keinen Bock, oder? Ach, David. Das... Will der mich trollen, oder? Was ist dem sein Problem? Ja, der Killer kommt halt wieder her. Ich werde gleich... Ach, hier passieren ganz seltsame Sachen. Naja, gucken wir mal. Ob ich in der Runde noch irgendwas Sinnvolles zustande bringe. Ach, jetzt... Komm, hol dir den David und nicht mich. Nein, aber David rennt die ganze Zeit bei mir rum. So, tschüss. Viel Spaß miteinander. Hallo. Guten Tag. Oh, Junge, ich bin nur ein Semper. Kannst du mich trotzdem mal aufhecken? Ja, Sekunde. Äh, nein, kann ich nicht, weil ich selber schlaf. Ah ja, Sekunde. Ich kann euch auch wecken. Kommt, ein, ein Gen weiter. Nach links oder rechts? Ja, jetzt schon richtig. Ich bin jetzt runter. Ah ja. Okay, dann weckst du uns und wenn du dann schläfst, wecken wir dich. Vielen Dank. Dann sind auch wieder gleich jetzt zwei Generatoren auf einer Seite, ne? Ja. Oh, David ist hier. Er kommt, ne? Hallo? Ja, ja, ich weiß. Ach so, okay. So, David, soll ich schreien? Ja, gut. Ich dachte, so, vielleicht kann man den Gen auch schon fertig machen, aber... Hä, schlafe ich schon wieder? Oder habt ihr mich schon fertig geweckt? Keine Ahnung. Hä? Ich bin verwirrt. Egal. Ich weck mich an der Uhr und dann mach ich hier den Generator. Ich glaube, das hält. Das hält mir. Oh, da bist du ja. Äh, hi. Hallo? Ich komme jetzt in den Keller. Oh ja, bleib schön. Oh nein. Ich bin leider zu schlecht, tut mir leid. Doch, kein Problem. Ausversucht. Ich schätze mal, der wird zu uns kommen. Nee. Ah, David, der sucht dich. Ja, ja. Kannst du den weglucken? Ich kann den mal weg. Ja, ja, ich bin am Weg. Sag Bescheid, wenn wir so holen können. Äh, ja, jetzt, denke ich. Keine Ahnung. Ja. Ich hab noch sehr starken Herzschlag, ne? Ah, er geht zurück. Er geht zurück. Ich hab nichts gesagt. Das tut mir sehr leid. Ja, der kommt zu uns. David, geh weg. David, geh weg. David, geh weg. David! Alter. Oh Mann. Nach vorms Struggle. Danke schön. Okay, er jagt den David. Gott sei Dank. Nein, ja, nein, vielleicht. Ja, ja, hier. Ich deck dich erstmal aus. So. Oh, noch einen scheinlich. Ja, ich mach den an der Killerhütte. Mhm. Ist ein zweier Gen. Ich würd dazu kommen. Also. Oh, dann geh ich mal noch auf den Pink. Der auf dem Schiff ist noch nicht fertig, David. Dankeschön. Also unsere letzten drei Gens sind gut verteilt. Ja, gut schon. Äh, der Dave kommt mit seinem... Natürlich. 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 Ich hasse diesen Flügel. Wir müssen noch einmal. Ich mach den Generator. Ich krieg's halt wirklich einmal hin. Egal. Ich krieg's einmal hin. Nee, nee, nee. Bin zu schlecht. Ich lass den hängen. Okay. Ah, nee, der auf dem Schiff holt er doch schon. Hä, wenn ich den Generator habe schon eben. Den hab ich gemacht, den am Schiff. War der erste nicht von der Schiff. Ich hab doch hier eben einen gesehen. Ach, was weiß denn ich. Ich kann ihn gleich holen gehen. Ich bin schon da. Ah, okay. Ich mach den drin weiter. Auch schon wieder Freddy. Mhm. Der läuft auch jetzt mir hinterher. Sehr gut. Da hinten, rechts von dir, Melanie, ist noch ein Generator. Der ist kacke. Der dritte ist jetzt interessant. Von hier aus sieht der auf dem Schiff einfach aus, als wäre er nicht gemacht. Ah, okay. Ja, vielleicht schaffen wir den hier ja auch einfach. Ja, ja. Das wär nice. Deswegen müssen wir auch vor so Adrenalin und so. Kriegst du, kriegst du. Das ist für die Hälfte. Er geht zurück, er geht zurück, er geht zurück. Ah, nee, geht er nicht, geht er nicht. Ich lüge besser. Dann bereite dich mal bei der Adrenalin vor. Ich bin mental drauf vorbereitet. Sehr gut. In drei. Zu spät, zu spät. Fertig. Wir haben hier direkt einen Ausgang. Er geht jetzt wieder weg, glaube ich. Ja, er geht weg. Ich verstehe den Kollegen nicht. Okay, der kommt zu uns. Der ist sowas von nöt. Ah, der ist korrekt, dass lange noch auf geht. Achtung, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Kein nöt. Oh, er hat mich gesehen, da weiß ich's. Die Ausgänge wieder zu gehen, quasi, nachdem man sie aufgemacht hat, also der Fortschritt zurückgeht. Nein, nein. Das ist witzig. Das einzige, es gibt, es gibt, es gibt, es gibt, es gibt, ähm... Wenn du zum Boot kommen kannst, irgendwie zum Großen, könntest du... Also, im Zettwälder, die hier, wo wir stehen, der Ausgang ist 99. Okay. Du hinkst doch gar nicht, guck du mal, ob du retten kannst, ich gucke nach einem anderen Ausgang. Ja, ich glaube, er bleibt jetzt noch ein bisschen hier. Ja, da ist ja noch direkt ein Ausgang vor der Tür, ne? Also, Tim, der Ausgang ist direkt neben mir. Ich weiß, ich bin einfach mal... Ja, er ist die ganze Zeit hier. Ich weck mich auf. Rann einfach in die Richtung, Rann einfach in die Richtung, Sprite. Ich blocke heute, was die Scheiße angeht. Okay, gut. Ihr rennt über die Map, dann komme ich auch blocken. Ich komme. Der Mann ist komplett verwirrt. Der weiß nicht, wo oben und unten ist. Der ist, glaube ich, nicht mal hinter uns. Nee, ich glaube, der jagt David. Gehen wir erst mal zum Ausgang, dann können wir nochmal heilen. Ja, genau. Diese Scheiß-Taste. Ah, David hat wohl aufgemacht. Okay. Ja, okay. Aber ist Freddy? Der hat sich verlaufen oder so, ich weiß es nicht. Ich denke, du kannst gehen, ne? Also, geh bitte. Er will Leute heilen. Da muss bestimmt jemanden heilen, nachdem der Ausgang offen ist. Na, tschüss. Dieser Typ. Oh Mann. Wenn der jetzt mindestens... Asche 4 ist. Oder besser Asche 5. Dann kann ich ihm das alles verzeihen. Aber ansonsten... War das... Ja, der schillernde Meister. Der ist... Nein! Bronze 4. Ja, okay. Nee, einfach... Weil der mich so weggeblockt hat, stellenweise. Das war schon sehr nervig. Yay, cool. Okay. Da. Sind wir rausgekommen. Cool. Aber ich glaube, der Freddy war ein kleiner Baby-Freddy. Ja, spricht dafür, wa? Hm. Okay, dann hoffe ich mal, dass euch die Runde gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Dead by Daylight sehen wollt. Und schreibt mal eure Meinung zu der Runde in die Kommentare. Und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Wir versuchen zu dritt zu entkommen. Ich spiele Felix mit den Perks. Ausgewogene Landung, verzweifelte Maßnahmen, Ablenkung. Und der letzte habe ich schon wieder vergessen, wie er heißt. Das, dass ich keine Kratz- und Blutspuren hinterlasse, wenn ich verletzt bin. Ah ja. Leider alles nur auf 1. Und das ist natürlich die beste Map für Balanced Landing. Stell ich gerade fest. Wir haben eine Jägerin. Und jetzt ist sie direkt wieder bei mir. Am mir ist sie vorbeigelaufen. Mich hat sie nett gesehen. Oh. Ein harter Wurf ins Kreuz. Ist das da ein Jam? Ja. Ah, okay. Ich komme in deine Richtung. Ich weiß. Der Trüin. Oh. Wo laufe ich denn hin? Du bist da? Bleibt die bei dir? Weißt du schon, ne? Ah, da ist sie ja, die Gute. Hat die mich verloren? Sie kommt jetzt safe her. Nein. Ja, die ist bei mir. Doch, 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 doch. Ach so. Okay, gut. Dann gehe ich dich retten. Ja, die ist bei mir. Hallo, junge Damen. Hallo. Oh, der Herr sieht aber gut aus. Sie seh immer gut aus. Und sie kommt zurück. Natürlich. Ne, aber hierher kommt sie. Ah, doch, da ist sie. Doch, doch. Vertrau mir doch, Mensch. Danke. Ach, Mann. Warum will ich das wieder nicht? Okay, wo bist denn du? Das interessiert sie halt nicht mal. Also ich habe einen Lauf weiter, Lauf weiter, Lauf weiter. Was? Okay, ich weiß nicht, ob die Glück hat oder ob sie krass ist, dass sie so an mir vorbeigeworfen hat. Sie hatte einen Millimeter Platz, an mir vorbeizuwerfen, um dich zu treffen. Gefühlt. Hm. Oh, ich glaube hinter mir ist eventuell nicht noch so viel Quote. Sehr gut. Also an selben Stand wie mein Haken. Mhm. Sprung wieder zu dir. Ja, ich bin da. Ich war halt in dem Gen, wo sie so aufgehangen hat. Jetzt. Na ja, nimm sie mal mit. Nee, sie machen sie nicht. Nee, die kommt zurück. Ach, das ist doch schön. Zieh ich jetzt hier den Generator durch. Ich habe keine geliegene Zeit. Es bringt dir nichts, wenn ich dich jetzt irgendwie runterfahre oder so. Ja, ja, ich versuche gerade einen Moment abzupassen, wo es passt. So, pass mal auf. Nehmen sie, ich nehme sie. Ja, das habe ich eben auch gedacht. Nein, 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 ich nehme sie richtig. Okay. Hallo, hallo, hallo. Ja. Nimmst du richtig hart ran. Oh Mann. Nicht mein Schindkipp jetzt nicht. Warum bin ich ja immer so gearscht? So, komm jetzt hier. Die hebt dich nicht auf. Doch, nein. Nein. Würde die Claudette bitte herkommen? Nein, das ist scheißegal, was wir hier machen. Siebt mich natürlich rechts her. Bist du recovered, bist du recovered? Ja, bin ich. Willst du aufstehen? Sehr schön. Was soll sie tun? So, Tim, kannst du das mal kurz? Ja, ja, alles gut, alles gut, alles gut. Die läuft euch nach, die lässt mich, oder? Ne, jetzt hebt sie mich auf. Ihr zieht jetzt mal euer Ding durch. Oh nein, ich glaube, ich soll sie ziehen. Ich glaube, das Wiegenlied wurde zerstört. Wo ihm gibt es immer noch. War das das Totem, wo du gehangen hast? Weiß ich nicht. Weißt du das? Okay, dann gehe ich da mal gleich gucken. Kann natürlich sein, dass das schon kaputt gemacht ist. Die ist bei mir. Lasst euch Zeit, macht Dinge. Macht sie, Jens, du. Ich habe keinen Bock, dass sie noch mehr Kids kriegt. Ich mache mir in der Zeit einen Kaffee. Du warst meins. Nein, doch. Nein, du wartest die Runde gefälligst ab. Ich hole mir doch nur einen Kaffee. Nein, du bleibst erst, wenn wir dich holen. Du bist ja wohl, also du bleibst ja. Die kennt mich. Du bleibst jetzt da. Ich glaube, jetzt kommt es, ne? Ja, die kommt zu dir. Ja, die ist bei mir, die ist bei mir. Ja, aber die wird wieder zurückkommen. Nein, die ist hinter mir, hol Tim. Okay. Ja, Clodet ist schon da. Clodet ist schon da. Siehst du, Tim? Siehst du? Die rafft nix, die Frau. Nichts, rafft die. Guck, hier, immer noch nicht. Nein. Die Frau ist taub, sie geht zurück. Natürlich geht sie zurück. Die Ruin ist nicht bis weg, oder? Hä? Die Ruin ist da bis weg, ja. Ach, es liegen liegt noch da, okay. Oh ja, du kommst, kommst du beim Jen laufen, Tim. Du kannst dich heilen. Jetzt kommst du wieder zu mir. Macht einfach, macht. Draus, besessen. Ich stets auf dem Hügel. Ja, ja, die ist direkt mit dem hier. Dankeschön. Ja, dann schmeiß doch endlich doch mal dein Weilen. Nein, du schmeißt es halt doch nicht. Oh, gesamt. Doof gelaufen. Ähm, ich mach mal den Generator da hinten weiter. Ja, ich soll dich, glaube ich, generell beeilen, weil ich glaube nicht, dass ich das überleben werde. Ah, ja, 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 aua. Du wurdest doch gar nicht getroffen, wieso? Ja, ja, doch nicht. Immer diese Dramatik hier. Man muss sich fühlen, Tim. Ja. Oh, fast daneben, ist auch dabei. So, nächster Gen ist fertig. Ja, sehr gut. Na gut, sehr gut, sehr gut. Einfach weitermachen, immer weiter, vorwärts, immer rückwärts, immer. Der heißt missgezücktes Bylos. Missgezücktes Bylos? Ja, ja. Okay, die letzten drei Gen stehen relativ gut. Könnten schlechter stehen. Sehr gut. Der hat keine Lust mehr auf mich. Tu Dinge. Die lassen mich in Ruhe. Ich heim mich mal kurz. Hey, hör auf, mich abzuwerfen. Ist die bei dir? Ja. Ja. Da. Ah, die bleibt doch bei mir. Mhm. Nein, Fräulein. Nein. Ich mach jetzt mit dem Rando zusammen Gen. Fang mal ein, an einem Ausgang an, damit ich für beide Optionen gewappnet. Fürst bei einem Ausgang. Ja, ich bin an einem Ausgang. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, perfekt. Ist noch bei mir. Geht weg, geht weg, geht weg. Hat die mich verloren? Oder hat es keine Lust mehr? Nee, die hat mich verloren. Ja, ja, ja. Bei mir ist sie auch einfach umgedreht irgendwann. Nee, die ist wieder bei mir. Die ist wieder bei mir. Ja, mir ist die Scheiße. Huch, das war so nicht geplant. Ist egal, ich bin eh verletzt. Vor allem, Gott, war jedem. Keiner bisher gesorgt. Du bist jetzt gleich durch? Ja, perfekt. Ja, die wird halt safe zu dir kommen. Komm zu mir. Ich komm zu deinem Ausgang, mach den fertig, David. Du kannst ihn ein bisschen gestecken. Ja, ja, alles gut. Nee, ich muss auch raus. Ach, kannst du raus? Kannst du raus? Ich kann auch raus. Ja, okay, passt. Ja, Gott, die ist auch bei mir. Nee, jetzt kannst du zurück. Egal. Tu Dinge, please. Ja, ja, ist offen. Wir können raus. Na gut, ja, dann tschüss. Geil. Ja, es tut mir ja leid. Okay, Claudette hat Bock. Ja. Ach, schön. Also danke nochmal euch. Oh, die hat ja wirklich nöt. Ja, da ist ja alles nochmal gut gegangen. Ich hätte schon aufgegeben, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe, es hat die Runde gefallen. Wenn ihr habt, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da. Ja, wenn ihr mehr von Daumen erzählen wollt, dann schreibt mir eure Meinung zu der Runde in die Kommentare. Und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Att mulчно. Tschüss.